ich hätte freundlich die ganze rakete links verblasen können dann hätte ich dann oben okay erst klar wir können die ganze schweiz machen jippie mega strange ich freue mich richtig juhu so dann ist das ganze jetzt schon mal ein wenig einfacher das trotzdem du können wenn wir ja scharfschütze gewähle fahren und man die fette munition dafür moment ja genau der sitz noch kaputt mit einem stahlmesser schief 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 Ah ja. Gut, so. Wow. Kopfschuss, du Wichser. Schnauze, Puffel, legt aus. So, jetzt haben wir noch einen riesen Wämser vor uns. Moment. Ähm. Versuchen wir das mal mit unserer, äh. Ja. Ja, das Ding ist jetzt leer. Ja, ja, ich weiß, krieg dich wieder ein. Nein, 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 nein. Nein, nein, packt mich da. Ich wollte von ihm noch in die. Ich wollte ihm aus der Nahe, aus der Nähe, am nächsten in der Nahe. Richtig schön ein Verbrezeln. Ja, dann machen wir den ganzen Bullshit nochmal. Ehe ist da zum Kotzen. Ehe so. Mach dir blau. Mach dir seh. Kopf runter. Ah, ich hab das Scheiß nicht vergessen. Ah. Scheiß mit Erdbeeren. Moment. Haha. Hier werde ich jetzt einen auf den Pelzbrotzel, ey. Scheiß Teil. Blöde Scheiß Ding da. Komm, der kann mich von der... Na komm. jetzt ist er weg runter runter in die hocke mann was soll ich denn jetzt schon wieder mit dem ding ich wollte der scharfsschütze überhalten du lauch eine flugrolle bringt ja auch nix mehr gehirn schießt ach man er schießt doch nicht noch daneben wir uns auch noch zehn schuss bleibt da stehen bleibt da stehen oh man mag Hier hin. Der will doch mal nicht kaputt gehen, ey. Hornsvogel. Komm, was mach ich jetzt? Einen konnte ich ihm noch geben. Versuche ich es erstmal mit der... Okay, das hat nicht funktioniert mit dem Scharfschutzgewehr. Äh, die lädt sich wieder auf. Ja, geil. Wollte hier warten. Oh, cool. Das habe ich jetzt aber voll verpennt wollen. Scheißt jemand an. Das ist gut, das sehen wir direkt mal mit hier. Na ja, nur, nur kein Stress. Dann war das, bis das vollgeladen ist. Da gehen wir mit dem Rest. Ja, ja. Sonst kommen wir ja nie weiter. Ah, ich habe ja noch... Mehr geht nicht? Ach, nur bist du dem einen Punkt da. Ja, ja. da komme ich in die drei so jetzt haben wir das aber edit mann 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 krasses fährt und jetzt mal rumlaufen können ok da rein was brauchen wir nicht ja genau jetzt haben wir es bisher geschafft das ist schon mal nicht schlecht das gehen wir nach oben da war der helm alles brauchen wir nicht hier ist nichts doch jetzt Da, der Normann-Nautiker-Waggon. An Bord Totenkopf, Chefwissenschaftler mit dem Zielmord. Ich schnapp mich mir, nur direkt über den Siemropfahre. Laserkraftwerfermesser, Zielsucher. Äh, lol, warte, sind alle siehst, äh, yes, Scharfschütz-Moon. Ach, wow. Alter. Ich meine, ich habe doch hier gerade noch eine Rüstung Kacke gehabt, oder ne? Ich habe schon eingesammelt. Das ist ein blöder Hund, ey, ich habe mich jetzt aber erschrocken. Mann. Wann da oben blinkt was? Okay. Goldener Gompass. So, müssen wir jetzt wieder durch oder können wir da oben durch? War nicht so schnell. Ah. Ach, es ist er. Okay. Ihr ist ein bisschen hoch. Vielleicht, äh, muss ich jetzt wieder hier durch. Schauen wir mal. Äh. Äh. Kaka. Warten müssen wir das wieder. Oh, Mann, sind wir schlecht, ey. Oh, Mann, wir sind echt so doof, das Ding zu stellen. Wir sind viel zu schnell. Ah, okay, jetzt müssen wir warten. Mal alles nachgeladen. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück, ja. Daumen auch nichts mehr. Wo kommen wir denn da rüber? Oh. Wie jetzt? Doppel. Alter, doppel. Boah, Alter. Ey, ihr seid ja ausgerüstet bis zum Himalaya, ey. Okay, wollen wir auch nicht? Oder nicht? Da mal nach. Auch nicht. Okay, wupp, 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 wupp. Ja, äh. Hm, okay. Wie komme ich jetzt? Moment. Nein. Ja, ich bin doch nicht... Steuerung. Steuerung. Kann man jetzt dann da rüber? Das war beinahe zu weit. Wow, 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 wow. Was ist hier kaputt? fall um noch einer natürlich was sagen wie ich jetzt darüber komme denke mit 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 springen komme ich da aber nicht damit ich bestimmt im arsch so saub preis du darf ich noch einmal ja ja ich muss auf jeden fall darüber wir springen ich will mich will zwar eigentlich springen aber da war ich bestimmt dabei bestimmt abgang gibt es ja nicht irgendwie eine andere lösung moment mal das ist doch die lösung der träger ich mich nach oben an den träger in einem waggon darüber und dann oben raus ach dann drucken mal sagen wie ich jetzt hier weiterkomme okay er muss wieder löten ja lasst du mich mal danke uiuiui jetzt hier runter fertig was zum geier war das das gefällt mir gar nicht ich krieg schon wieder eine mega gänsehaut alter er war die ab in die gegner tick da oben ist eine fette knarre das ist nicht dein das ist nicht dein das ist nicht dein ernst nein 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 nicht dein scheiß ernst nicht mit dem scharfschutz gewähren brennt bei dir eigentlich noch der Helm er sprach ich brech ab okay ich glaube ich dann davon ok hat funktioniert wieder voll machen war noch wechseln ja du hast gar nichts mehr aber ich habe noch zweimal hier was will ich mit zweimal doppel gewähren wenn ich die scheiße so nicht nutzen kann ja aber was wartest du schießt doch ach so runter runter leute oh das ist ja schlimmer als heftig ja er ist das scheiße weg damit oh oh das das hinter sich jetzt ohr schlimmer als fußpilz das ist eh fast leer kann ich wechseln scheiß ding da krasses pferd ey der war voll die sause ab ey das das äh 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 oh goldener hase hallöchen popöchen ok hier ist nächstes zu warte warte alles gut was was äh be ah sie konnten die so schnell die die brücke in solche geschütze aufbauen hat ist ja unmöglich ist hat